Ich wähle Christian Engelhardt, weil ihm die Menschen unter Kreisbergstraße eine echte Herzensangelegenheit sind. Ich wähle Christian Engelhardt, weil er sich für eine moderne, digitale Schule einsetzt und weil er die Schulsanierung im Kreisbergstraße massiv vorangetrieben hat. Meine Stimme bekommt Christian Engelhardt, weil er die Region überregional repräsentiert und sich für einen starken Tourismus einsetzt. Ich wähle Christian Engelhardt, weil er authentisch, engagiert und präsent ist. Ich wähle Christian Engelhardt, weil er für mich ein ganz besonderer Landrat ist. Ein Landrat, für den Bürgernähe, Transparenz und Verlässlichkeit an erster Stelle stehen. Ich wähle Christian Engelhardt, weil ihm das Ehrenamt und die Vereine am Herzen leben. Er unterstützt aktiv die Hilfsorganisationen und setzt sich für die Verbesserung und die Etablierung des Ehrenamtes ein. Ich wähle Christian Engelhardt, weil er in der Landkreis Bergstraße weiterhin gut regiert und gut durch die Corona-Krise geführt hat. Landrat Christian Engelhardt hat die Verwaltung innen und nach außen digitalisiert. Deshalb ist er der beste Landrat für den Landkreis Bergstraße. Landrat Christian Engelhardt